be free love and dance dazu musst du natürlich den bauch festmachen damit du nicht wackelst. Der Bauch, der Chor stabilisiert dich total. Das sind eine sehr schonende Übensinn, die rühren sich auf die Füße fast. Wenn die Hände zusammen sind, sind auch die Füße zusammen. Und dann kannst du ruhig ein bisschen Gas geben. Rücken zusammen, runter, wieder hoch. Und zwar kannst du ruhig mit in die Kamera, vielleicht einmal wir wechseln. Genau, ich schaffe. Und zwar nehmen wir erstmal nur die Arme nach oben, dann vor die Brust nach unten. Suki no Babantu Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.